Musik Hallo und herzlich willkommen zu Cinema TV Making Of. Seit heute läuft Bandits in den Kinos mit den besten Aussichten darauf, ein neuer deutscher Filmerfolg zu werden. ProSieben hat die spannende Geschichte einer Frauenknast-Kombo mitproduziert. Was sich bei den Dreharbeiten so alles abgespielt hat und wie es überhaupt zu dem Film kam, das sehen Sie jetzt. Viel Spaß. Nach ihrem Überraschungserfolg abgeschminkt, kommt jetzt der neue Film von Katja von Garnier in die Kinos. In Bandits spielt Katja Riemann die Schlagzeugerin Emma. Sie ist wegen Mordes verurteilt. Jasmin Tabatabai verkörpert die aggressive Luna. Sie sitzt wegen schweren Raubes. Die süße Angel, eine Heiratsschwindlerin, wird gespielt von Nicolette Krebitz. Und Jutta Hoffmann, die mordende Marie, ist die vierte im Bunde der musikbegeisterten Knastvögel. Musik Es sollte Musikfilm sein. Und weil ich ein super Fan bin von Musikfilmen, einfach selbst. Und ich habe mir überlegt, was gibt es da noch nicht? Einfach. Was hat es in einem Musikfilm noch nicht gegeben? Und zum einen, Blue Sisters hat es einfach noch nicht gegeben, also Musikfilm mit Frauen. Und auch keinen, der eben Musik und dramatische Elemente kombiniert. Zwischen der dominanten Emma und dem Straßenkind Luna herrscht anfangs in der neu gegründeten Knastband herbe Feindseligkeit. Noch ist die Band ohne Namen. Doch für den geplanten Auftritt bei einem Polizeiball wird ähnlich intensiv nach einem griffigen Titel gesucht, wie vor Beginn der Dreharbeiten für den Film. Musik Die Szenen im Knast sind von eindringlicher Intensität. Die Umsetzung der Atmosphäre und Umgebung sollte so authentisch wie möglich sein. Es war ein Glücksfall, dass die Justizvollzugsanstalt in Nürnberg für die Dreharbeiten einen leerstehenden Takt im Gefängnis zur Verfügung stellte. Doch auch bei leerstehenden Zellen funktioniert nach wie vor die Schließautomatik, wie Katja Riemann unfreiwillig feststellen musste. Hallo Hasi! Ich bin reingegend. Aber macht nichts, Katja, du siehst tollen Haustort drinnen, wirklich. Nicht nur Katja Riemann darf bald wieder das Gefühl der Freiheit in vollen Zügen genießen. Also es ist kein Knastfilm. Die Mädels kommen vielleicht aus dem Knast am Anfang, aber es ist kein Knastfilm, weil sie dann relativ schnell ausbrechen. Es ist so, wir aus Gründen, die wir noch nicht verraten wollen, kommen wir dazu, also auszubrechen und werden dann sozusagen auf unserer Flucht berühmt. Entschuldigung. Hast du heute einen Führerschein? Halt an, ich muss brechen. Jetzt nicht. Der knallharte Kommissar Schwarz, gespielt von Hannes Jennecke, wird auf den Fall angesetzt. Oh Gott, ich muss doch nicht brechen. Klappen Sie schon mal eine Spur? Angst um Ihre Wiederbeifragenden, Senatorin? Ich erkläre Ihnen mein Prinzip. Wenn wegen dieser von Ihnen so geschützten Damenkapelle auch nur einer meiner Mitarbeiter in Gefahr gerät, weiß nicht ins Gras, ist das für Sie nachvollziehbar, Frau Dr. Roth? Wann werden Sie die Frauen gefasst haben? Ich habe noch nie für einen Fall länger gebraucht, als ein Päckchen Zigarinnos. Es ist schnell genug. Ausreichend Zeit hingegen ließ sich Katja von Garnier bei der Planung von Bandits. Nach der Eigenproduktion Abgeschminkt, die über eine Million Besucher in die Kinos gelockt hatte und eine Dokumentation über Regisseur Wolfgang Petersen suchte sie nach neuen Themen. Doch die diversen Drehbuchangebote konnten sie nicht begeistern. Die Regisseurin beschloss, wieder eine eigene Geschichte zu entwickeln. Und bitte! Ben Taylor, der Co-Autor von Abgeschminkt und ich, also wir hatten diese Idee zu den Grundelementen der Geschichte. Einmal, wo wir uns schon fast aufgeben wollten, hatten wir plötzlich diese Idee von vier Frauen, die aus dem Gefängnis ausbrechen. Und als das mal so stand, um Raum stand, ging es auf einmal holterdiepoltern, dann sind diese anderen Elemente nur so rausgefallen. Mit drei der Schauspielerinnen verbindet Katja von Garnier eine intensive Freundschaft. Und der Wunsch, einen gemeinsamen Film zu drehen, existierte seit geraumer Zeit. Entsprechend wurden die Rollen in dem Drehbuch auf die Charaktere hin entwickelt und durch die Vorschläge der Darstellerinnen bereichert. Die Idee der Geschichte, die Knastbellen, der Ausbruch, die Flucht, das Berühmtwerden auf der Flucht, diese Klammer. Und vor allem der Kerngedanke, den ich bezeichnet habe, mit diesem wunderbaren Satz der Bremer Stadtmusikanten. Etwas besseres als den Tod werden wir überall finden. Das war da vor der konkreten Geschichte. Tatsächlich winkt dem völlig abgebrannten Quartett der erste Erfolg, als eine bekannte Melodie aus dem Autoradio dröhnt. Das ist unser Lied. Das ist mein Lied. Den Song hatte die Gruppe noch im Knast aufgenommen und an einen Musikproduzenten geschickt. Dieser glaubt, die Flucht der Bandits vermarkten zu können und wettert das große Geschäft. Doch er hat seine Rechnung ohne die ausgebufften Mädels gemacht. Also hör mal zu, Alter. Wenn ihr unser Lied im Radio schreibt, dann müsst ihr uns... Das war nur ein Test, mehr nicht. Ich würde euch gerne helfen, aber ich weiß beim besten Willen nicht, wie. 40. 40 war es. 1000. Das Erfolgsgefühl der Frauen entlädt sich in einer wilden Szene, gedreht auf einer Hamburger Brücke. Zur Musik der Band wurde unter der Mitwirkung professioneller Tänzer eine mitreißend choreografierte Tanzszene entwickelt. Besonders wichtig war dabei für die Regisseurin, das lebensunghörige Feeling ihrer Protagonistinnen zu transportieren. Dieser rebellische Gedanke ist ja ganz wichtig, ne. Und dem Zusammenhang mag ich einfach irre gern, wie die bei der... Also was im Grunde ja absurd ist, ne. Diese Szene, wo sie bei der Nachrichtenstation anrufen, weil sie nicht in der Nachricht sind, sondern Jungs, die ausgebrochen sind. Und überhaupt, das ist auch absurd. Jetzt seid ihr völlig wahnsinnig. Wie seid ihr aus dem Gefängnis ausgebrochen? Ey, 100 Punkte. Ja, keine Angst, dass die Polizei euch schnappt. Ach, wir haben schon so viel Angst, da kommt es darauf ab. Und ich fand es gut. Es wurde irrsinnig viel Gedankengut darauf verwendet, wie spielen denn eigentlich diese Knastis? Wie spielt der jeweilige Charakter sein Instrument? Wie spielt ein Emma Schlagzeug oder eine Angel Bass, Luna Gitarre, eine Marie Keyboard, ne. Da wurde sehr viel Liebe fürs Detail aufgewandelt in der Herstellung der Musik von Seiten unseres Musikproduzenten Edo Arndt. Es dürfte nie zu perfekt sein, die Musik. Knastis können nicht einfach, die sind nicht wirklich richtig gut, sondern die sind, das musste Haken haben und Ösen, ne. Die Art, wie die spielen, das musste ganz kantig sein. Und wenn was zu gut war oder zu gut eingespielt war, nochmal. Es muss schlechter, nicht schlechter, aber es muss kantiger sein. Wir machen Musik. Wir sind eine Band. Bandits. Rock'n'Roll. Du weißt es schon. Wer glaubt, die Schauspielerinnen agieren zu Playback, irrt. Die vier Frauen singen und spielen selbst. Keine außer Jasmin Tabatabai hat vor diesem Film öffentlich ihr Talent zur Schau gestellt. Seit Jahren singt und spielte Berlinerin in einer Band mit dem Namen Even Cowgirls Get The Blues. Was stimmt ist, dass ich halt seit ein paar Jahren in Bands spiele und sicherlich so die meiste Übung habe oder so. Aber die beiden anderen Mädels, also Katja und Coco, die können A beide ziemlich gut singen und B sind sie sehr musikalisch. Den Bass habe ich gelernt für den Film, ich spiele ein bisschen Gitarre, dann war es nicht ganz so schwer. Ich dachte immer, ich würde Gitarre spielen, weil ich es mal gelernt habe. Katja rief an, kann ich sogar sagen, war im Oktober 1995, sagte, du spielst übrigens Schlagzeug und am nächsten Tag kaufte ich mein Schlagzeug. Das ist mir jetzt irre peinlich. Ja! Ich brauche mich jetzt nicht mehr. Ja. Reissnack.